POD-Einnahmen aus dem Februar 2021, jetzt im Video, viel Spaß dabei. Jo, liebe POD-Dealer, willkommen zurück. Neues Video, es geht um die Einnahmen aus dem POD-Business im Februar 2021. Und die wollen wir kurz mal durchgehen. Da schauen wir einfach mal. Wir fangen mal an mit KTP. KTP war letzten Monat okay. Waren 44 Verkäufe mit 161 Euro. Immer noch dieselben zwei, drei Bücher, die sich da hauptsächlich verkaufen. Mit dem einen Unterschied, ich habe jetzt da auch mit der Werbung nochmal angefangen, habe mich da irgendwie durchgerungen, habe mir da eine Strategie halt rausgesucht. Da gibt es ja Hunderttausende, müssen wir jetzt nicht besprechen. Aber ich habe da mal Werbung geschalten, hauptsächlich auf dem US-Markt. Und da will ich euch den Graphen da nicht vorenthalten. Ich hoffe, das ist der. Ich hoffe, man kann das jetzt erkennen. Ja, wir haben halt 17 Dollar, 18 Dollar ausgegeben. Die blaue Kurve seht ihr ja. Wir haben elf Bestellungen. Und gut, seht ihr da selber. Naja, Akkus ist auch, wie ich finde, brutal gut. Nice. Also wir haben auf jeden Fall damit Gewinn gemacht. Genau, wir haben auf jeden Fall damit Gewinn gemacht. Bei mir ist ein Buch dann ungefähr so bei 4,50 Dollar. Bei diesen Hauptbüchern, sage ich mal, die sich da verkaufen. Also im Prinzip ungefähr so 45 Dollar Umsatz mit dem, was da hier so aufgeblendet ist. Und haben halt 17, 18 ausgegeben. Hat sich gelohnt, finde ich gut. Lasse ich einfach so mal weiterlaufen. Erstmal sammle ein paar Daten. Und dann wird später optimiert. Genau, das war jetzt KDP. Also 44 Sales. Was habe ich gesagt? 161 Euro. Genau, gehen wir weiter zur Redbubble. War überraschend gut. Wie gesagt, man muss ja sagen, der Account war ja weg. Dann kam er wieder. Dann musste das wahrscheinlich auch erstmal wieder alles da im Backend, keine Ahnung, mit den Tags da wieder ans Laufen kommen. Hat mich aber deswegen eigentlich umso mehr gefreut. Dass wir da irgendwie auf Redbubble doch 19 Produkte verkaufen konnten. Zu dann doch 66 Euro. Das ist jetzt dieses Ding hier für 30 Tage. Ich kann mal auf diese, genau. Ich sage zu 51 auch. Das ist ja immer 15. Oder zu 15. Da wirst du selber. Aber ja, 66 Euro waren es dann. Die wir mit Redbubble gemacht haben. Freut mich eigentlich dementsprechend auch. Dann kommen wir mal zu Spreadshirt US. Yes, genau. Ich habe mir aufgeschrieben, 10 Sales, 30 Euro. Ja, ist halt noch ein Flickenteppich. Aber gut, das wird sich jetzt die nächsten zwei Wochen auch nicht ändern. Im Vergleich zu letztem Jahr ein bisschen weniger. Lag aber daran, wenn ich mich recht entsinne, dass ich da mal ein Einmalkauf hatte von 10 Shirts oder so, glaube ich, letzten Februar. Boah, weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Kann ich mir schwer vorstellen, dass ich jetzt da weniger Einzelshirts abgesetzt habe als letztes Jahr. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Ja, gut, die 30 Euro. Wir nehmen es mit. Es tut ja nicht weh. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ihr seht es ja unten auch. Ich lade jetzt auch fleißig mit Flying Upload hoch auf die Spreadplattform und Redbubble. Automatisiert. Amazon mache ich händig. Habe ich schon mal gesagt. Wenn ich das dann verkacke, dann will ich das selber verkacken. Und da muss das jetzt nicht irgendwie ein Tool für mich machen. Passt. Genau, dann kommen wir zu Spreadshirt.de oder EU, je nachdem. Das sieht schon für den Februar richtig gut aus, finde ich. Es verzerrt ein bisschen, da wir hier auch mal eine etwas größere Bestellung hatten aus Frankreich. An dem einen Tag seht ihr das selber. Aber insgesamt bis auf die drei Tage, wo halt nichts ging, habe ich immer so zwei, drei, vier. Das ist für den Februar, wo meiner Meinung nach relativ wenig, da kommen wir nachher auch noch mal dazu, relativ wenig Karnevalsgeschichten. Und diese ganze, ich sage mal, Apri-Ski-Snowboard-Geschichten wird natürlich fast nichts gekauft, weil fährt ja kaum jemand. Es gibt Parseels, klar, aber jetzt steht in keinem Verhältnis zu letztem Jahr. Aber wir haben ja aufgeschrieben, 108 Verkäufe hatten wir. Und das sind brutto 364 Euro. Ich bin ja in die Regelbesteuerung gewechselt, also ich kriege den vollen Betrag jetzt ausgezahlt. Genau, also 108 Verkäufe, 364 Euro. Das macht doch schon Spaß. Jetzt wollte ich mal schauen. Das habe ich mir vorher gar nicht angeschaut, wie ich da letzten Mal, ja genau. Ja, Steigerung gegenüber Februar, ich nehme mal an, das ist aufgrund der, ja doch, vielen Designs, die ich jetzt von den Designern bekomme und die natürlich da auch mal hoch schiebe, dass da verkauft sich natürlich auch, ja die werden ja, wenn ihr die hochladet auf Spreadshirt, werden die ja gleich am Anfang so ein bisschen gepusht von Spreadshirt. Das wird ähnlich wie bei Amazon, verkauft sich auch und zu mal was da von den neuen. Deswegen konnten wir das auch gut steigern nochmal so ein bisschen zum Januar. Ja, zum letzten Jahr ist natürlich brutal, ne. Aber letztes Jahr gab es halt massive Royalties, ne. Da war ja, glaube ich, der Cut auch erst im März, wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber doch bin ich ganz heavy. Keine Ahnung, 360 Euro nehmen wir mit. Genau, und dann kommen wir zur Hauptplattform, ist ja quasi Merch. Ich habe leider das Tier-Up da verpasst, einige von euch Glückwunsch, wer es erhalten hat. Gab es ja jetzt irgendwie nochmal ein Tier-Up mitten im Monat, wenn ich mich recht entsinne. Schön für alle, die da dabei waren. Ich war halt nicht dabei, macht aber auch nichts. Hätte jetzt erstmal genug anderes Zeug zu tun, deswegen sind auch weniger Videos gekommen. Genau, womit fangen wir an? Um euch nicht zu verwirren, wie machen wir das? Ja, wir fangen jetzt einfach mit US an. Dann gehen wir mal auf die, ihr seht es ja selber hier. Genau, 274 Sales hatte ich mir aufgeschrieben, genau. Und das sind 850 Euro runtergerechnet. Relativ hohe Return Rate. Wer weiß, was da noch los war, aber so ist es halt. Gehen wir weiter zu UK. Genau, UK waren letzten Monat diese 78 Sales. Wie ihr unten seht es, 338 Euro, also diese 292 Pfund. Ja, sage ich aber gleich nochmal was dazu. Dann haben wir DE. Das lief dann die letzten Tage im Februar eigentlich. Doch ganz solide, sage ich mal. Haben wir 236, genau das stimmt sogar, 236 Verkäufe gehabt für 820 Euro. Komme ich aber gleich nochmal im Detail drauf. Ja, und die neuen Marktplätze, wie gesagt, Frankreich 15 für 42, genau. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Da sind wir eigentlich auch in einem guten Schnitt. Ihr habt ja mein Preisvideo, ansonsten verlinke ich das nochmal. Also Royalties-Video, wie ich die jetzt setze. Das müsste sich jetzt dann allmählich auch Richtung 4 Euro dann bewegen. Oder 3,50 Euro, je nachdem. Höher gehen. Dann haben wir Italien. Da haben wir 19 für 57 Euro. Und die Spanania noch für 13 Shirts für 3, na gut, 44 Euro sogar. Ich habe 43 aufgeschrieben. Summa summarum, alles zusammen, KDP, Redbubble, Amazon und Spreadshirt. Sind wir dann, drumherum, 2715 Euro. Wenn ich das jetzt richtig auf meinem Zettel stehen habe. Also 2715 Euro. Ja, zwei Sachen muss ich dazu sagen. Erstens, ich habe ja im Februar angefangen, Werbung zu schalten. Auf den, ich sag mal, für mich Hauptplätzen. Also USA, UK, Deutschland kommen wir gleich dazu. Und zum Zweiten muss ich das natürlich auch ins Verhältnis setzen. Dazu habe ich euch mal das aus meiner Liste da ein Stückchen rauskopiert und mitgebracht. Das ist 2020. Damit ich da einen kleinen Vergleich hatte. Natürlich anderes Tierlevel, bla, bla, bla. Aber rein von dem, damit ich diese Wellenbewegung mitsehe. Es verzerrt natürlich alles. Aufgrund dieser, ich kann keine Karnevals- und keine Apri-Ski-Sachen verkaufen. Weil da habe ich auch ein paar gute Seller gehabt letztes Jahr. Aber nichtsdestotrotz, also mehr als das Doppelte, mehr als verdoppelt gegenüber letztem Jahr ist gut. Habe ich keinen Bauchschmerz mit. Das hatte ich eigentlich auch schon so fast erwartet. Jetzt bin ich mal gespannt, weil letztes Jahr gab es dann bei mir hier einen relativ großen Knick nach unten. Seht ihr ja selber. Und dann ging es erst wirklich wieder die Welle nach oben im Mai, Juni. Wo das sich dann so ein bisschen wieder erholt hat. Bin mal gespannt, wie jetzt der März wird. Aber nur, dass ihr ein Gefühl kriegt, also mehr als das Doppelte, 2,7. Und damals waren es halt 11,36. Jo, genau. Bevor jetzt alle in Freudentränen ausbrechen, 2700 Euro oder ich. Wie gesagt, da geht jetzt natürlich dann noch Steuer weg. Sag mal grob 33%. Oder wenn wir wohlwollend rechnen können, halt 40%. Je nachdem, das muss man jetzt noch mal ein bisschen mit dem Steuermenschen da ausdiskutieren. Und dann kommen wir jetzt noch zum, genau, da kommen wir jetzt noch zur Werbung. Also ich habe ja Werbung geschalten. Wie gesagt, zu der Thematik, wie ich die Werbung schalte, mit dem Fokus, den ich jetzt habe, ist ein anderer als jetzt. Weil ich habe jetzt gestern auch das Video gesehen. Ich kann den Kanal ja nicht, den Road to T-Shirt mir näher, denn Jan, denke mal, die meisten werden diesen Kanal natürlich auch verfolgen. Habe ich mir gestern auch das Einkommen-Video angeschaut. Hat er ja auch ein paar Worte zur Werbung gesagt, die er da schaltet und was sein Approach ist. Meiner ist da nicht so. Meiner ist da ein anderer. Was genau, das müssen wir noch mal vielleicht in einem separaten Video, weil sonst wird es hier echt zu lang. Im Endeffekt habe ich euch natürlich auch die Screenshots mitgebracht, damit wir da mal ein bisschen einen Durchblick haben. Ich habe euch den jetzt erst mal von US mitgebracht. Ihr seht selber, wir haben am Anfang relativ viel ausgegeben, bis ich das dann umgestellt hatte auf die, ich sage mal, das, was ich jetzt da durchziehen wollte. Und da seht ihr auch, dass der S-Band halt wirklich brutal nach unten gegangen ist, da unten auch geblieben ist und nicht trotzdem ein paar Verkäufe hatte. Wie gesagt, ich teste mich da erst dran. Im Endeffekt sind wir hier bei einem 25, 6er Arcos. Das ist für mich so eine Break-Even-Geschichte. Jetzt müssen wir das natürlich relativieren. Ich hatte ja gesagt, dass wir auf US diese 274 Verkäufe hatte. Davon sind halt die 38 alleine nicht organisch, also quasi wirklich durch die Werbung dazugekommen. Genau, dann gehen wir mal auf den UK, da wird es noch deutlicher, weil in UK hatte ich, muss ich auch noch mal ganz kurz schauen, ich glaube, das ist der hier. Ja, genau. Die 77 Pfund, da kommt natürlich auch eine Steuer drauf, bla bla bla. Aber der Arcus ist brutal. Also, da kann ich mir jetzt mal selber auf die Schulter klopfen. Nein, das freut mich halt, das funktioniert. Ihr seht es ja selber, ich teste da noch ein bisschen rum, ist jetzt bis am Ende ein bisschen hochgegangen. Es verkauft sich was, also die Sache so an sich funktioniert. Ich muss da halt, wie gesagt, da jetzt noch mal ein bisschen justieren. Und das wächst so vor sich hin. Wir sind dann noch in der Testphase. Aber wie gesagt, mein Fokus ist nicht, auf meinen Break-Even-Arcus hier zu kommen, der vielleicht dann auch bei 25 liegt, 26 in UK, je nachdem. Das ist gar nicht mein Fokus jetzt. Mein Fokus ist hier eigentlich den Akkus so niedrig wie möglich zu bekommen und so einen Profit zu maximieren, der aus den Ads einmal aus der wirklichen Werbung kommt. Plus natürlich, was alles dann organisch hinten dran hängt, da noch was mitzunehmen. Hat natürlich ein paar Nachteile mit dem Ding, was ich hier mache, aber das ist jetzt erstmal der Weg, den ich bestreite. Aber ihr seht selber, das sind halt 39 Sets, die wir da generiert haben. Und wenn ich mir jetzt anschaue, ich habe 78 Verkäufe insgesamt, dann kommt die Hälfte aus dem Advertisement. Kann man jetzt happy sein oder nicht, es funktioniert. Ich hätte auch organisch welche verkauft. Für den Februar halt, die 38 auf UK. Ja, ist okay, denke ich. Und dann natürlich noch Deutschland. Wie gesagt, 236, die merken wir uns mal. Und dann haben wir hier irgendwo noch, was ist das das für Deutschland? Genau, da sind wir. Bei 215 Euro, die wir netto ausgegeben haben. Umsatz seht ihr hier. Akkus, jo, alles schick soweit. 72 Bestellungen, wenn wir die jetzt abziehen von den, ups, 236. Haben wir trotzdem, sagen wir, 160 noch organisch verkauft. Ja, im T6000 bin ich da, denke ich, für den Februar eigentlich auch recht happy. Ich bin mal gespannt, wie sich das denn so über die nächsten Monate mit dem Advertisement so entwickelt, wo wir da hingehen. Ich habe jetzt im März angefangen, dieselbe Art und Weise, wie ich da Werbung mache. Das ist auch relativ simpel, auf die, auf Frankreich, Italien und Spanien auszurollen. Und dann schauen wir einfach mal, wo uns das so hinführt. Genau. Wenn ich jetzt die Ausgaben dann jetzt noch gegenrechne von den Designern, die ich hatte, die Advertisements und das Tooling, was ich habe. Und Tooling-Ausgaben waren 1.575 Euro in dem Monat bei 2.600 oder 2.700 Euro Einnahmen, Vorsteuer. Also habe ich das quasi hier, das ist quasi eine Nullnummer dieser Monat halt für mich. Aber das liegt halt auch unheimlich darauf, es hängt halt wirklich stark damit zusammen, dass ich die Designer halt, das sind alleine 1.000 Euro für die Designer gewesen in diesem Monat. Und ich denke, das wird sich dann wahrscheinlich im Mai, spätestens werde ich das dann sehen, Mai, Juni, wenn die T-Ups kommen und ich kann das auch hochladen, dass sich das dann dreht und auch lohnt. So ist meine Hoffnung, spätestens natürlich im Weihnachtsgeschäft. Also ich tue jetzt relativ viel investieren, auch mit der Werbung, dass sich das ein bisschen vorbereitet, dann auch auf Q4. Und ja, da schauen wir mal. Das soll es schon gewesen sein für das Video. Ich wollte das Video so kurz wie möglich halten für euch, dass ich euch nicht langweile. Ich wünsche euch noch maximale Sales, auch im März. Ich hoffe, das geht so weiter, wie es angefangen hat. Und viel Glück und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.